Dankeschön. Und jetzt. Okay. Da komme ich nicht dran. Nee. Ach ja. Okay. Ich werde sterben, weil ich auf Easy bin. Einfach mal dagegen fressen. Klappt auch im richtigen Leben. Bis ich voll geheilt bin. Okay. Das hätte ja jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und warum muss es immer Lava sein? Warum muss man immer zwanghaft verrecken? Wenn man in Wasser fällt, ist das zwar nicht so doof. Oder wenn man runterfällt in Wasser. Nee. Ja, das kann sich jetzt hier ein bisschen ziehen, ne? Zum Glück habe ich so viele Goldöpfel. Wo habe ich die eigentlich her? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal. Zum Glück kann man in diesen Dingern drinstehen. Das macht einiges einfacher. Warum falle ich jetzt hier wieder runter? Ah, gut. Au. Brauchte ich den da hinten gar nicht? Den hebe? Anscheinend nicht. Okay. Hier ist zugegangen. Dann mache ich hier wieder. Svet. Svet spawn. Svet spawn. So. Und dann. Du scheinst intelligent zu sein. Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, dich zu klonen. Ach, wie nett. Nun ja. Ein Kürbis ist es, aber nicht das, was ich wollte. Egal. Geh einfach weiter und beachte es nicht. Weiter. Hi. Okay. Dann geht es mal wieder nach unten. Ein Knopf. Du hast es also hierher geschafft. Hey. Moment. Du bist gar kein Kürbis. Sieht interessant aus. Wie hast du es hierher geschafft? Was? Okay. Nun gut. Unwichtig. Ich kann mir deine Energie trotzdem nehmen. Flie. Flie. Wohin überhaupt? Okay. Einmal andersrum also. Klettern wir mal auf unserem Endgegner rum. Ist die beste Art zu fliehen übrigens. Gott, der mit. Entschuldigung. Könnten sie mich noch nicht töten. Ich flie gerade noch. Wäre ganz nett. Dankeschön. Und okay. Ein Glück, dass ich Shift gedrückt gehalten habe. Ich denke mal, dass ich jetzt von hier aus auf ihn drauf soll. Geht das überhaupt? Ich gehe mal ganz nach oben. Drehe mich um. Boah. Verrenkung das jetzt wird. Höp. So. Gut. Jetzt bin ich oben drauf. Achso. Jetzt kann ich hier weiter anscheinend. So. Oder? Doch da ist eine... Wenn ich hier rum. Okay. Ich soll anscheinend von hier unten springen oder so. Wenn ich das jetzt vermassle, fliege ich aber. Oder besser gesagt, rennen soll ich einfach nur. So. Ich denke, das ist das, was ich tun sollte. Und jetzt wieder hoch. Ich renne auf Shift auch die Leitern hoch. Komisch. Ich habe mich da wohl irgendwie so eingestellt. So. Es tut mir leid. Eigentlich hatte Mr. Floppy L4 ein Part übernommen. Aber durch einen Fehler in der Matrix wurden alle Kabel zerstört. Deshalb habe, musste ich die Schaltung vereinfacht nachbauen. Tut mir leid. Irgendwas Pumpkin hätte. Gut. Die geht ja auch wieder länger, ne? Gut. Das wäre ersetzt. Wenn ich doch nur dich ersetzen könnte. Nun ja. Weiter mit deinem Tod. Vielleicht bist du geistig ja nicht so fit. Teste dein Gedächtnis. Ach du Scheiße. Von wem kommt der Lava-Wasser-Buck? Das müsste Mr. Floppy gewesen sein. Okay. Ich sollte dann auch durch die Tür gehen. Wofür ist eigentlich dieser Hebel hier? Okay. Okay. Das hat nicht funktioniert, was du da gemacht hast übrigens. Dankeschön. Zum Glück habe ich da oben nochmal hingeschielt mit Optifine. Kannst du das denn sonst eigentlich erkennen? Hier falle ich runter. Hier ist auch nichts. Zu den weiteren Kammern. Schade. Du hast es geschafft. Da muss ich wohl dem Hunger die Aufgabe überlassen, dich zu töten. Ich kann warten. Frage ist jetzt natürlich... Hustig in der Aufnahme. Frage ist jetzt, passiert noch was? Oder war es das jetzt wirklich? Scheint es aber wirklich gewesen zu sein, ne? Ah. I see. Yes, nein. Das ist echt alles schick gemacht und gut gemacht vor allem. Ähm. Macht, Geld, Ruhm, Erfolg, Einsamkeit. Dein Leben oder dein Erfolg. Egal was. Gib mir eins davon. Nein. Geh nicht weg. Hahaha. Ich habe es geschafft. TNT. Was? TNT ist mein. Unter all diesem Müll hier werden sie es nicht finden. Geh raus. Raus aus mir. Bleib hier. Geh, geh, geh. Lauf, lauf, lauf. Renn, renn, renn. Flie, flie, flie. Geh, 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 geh. Geh weg. Es kommt. Es kommt wie... What the fuck? Irgendwas ist falsch mit dir. Bin im Weltraum. Muss alles ansehen. Da ist jemand. Nein, etwas. Geh weg. Du weißt es doch nicht. Such dir Hobbys. Lass mich allein. The cake is true. No, it's a lie. Du Lügner. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Entschuldige. Das wollte ich nicht. Ich bekomme Schwemme und TNT. Vor allem Schwemme. Ja, ich kann jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde stehenbleiben. Ist gar kein Thema. Gut, war nur ein TNT drin, ne? Da kann ich hier definitiv lange stehenbleiben. Ähm. Ja. Oh. Ist sogar aktiviert. Au. Ich dachte gerade, wo bekomme ich jetzt einen Knopf her? Nett gemacht. Zentralsystem des metallenen Sterbeloch. Äh, nein. Ich möchte nicht den Sterbeloch, aber netter versuchen. So. Oh, it's a cake. It's not a lie. So. Mal den ganzen Schund wegräumen. Hey. Was tust du da? Wohin willst du? Geh weg. Geh weg. Was? Ähm. Ja. Äh. Ich hab gesagt, du sollst umdrehen. Na schön. Du wolltest es so. Dreh um. Hier spawnt doch gleich was. Hm. Das muss irgendwie gehen. Irgendwie muss das funktionieren. So nicht. Ist bestimmt so gedacht, aber... Ich und Jump'n'Run, ne? Da bist du ja aber früh gesprungen jetzt. Das geht. Oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich versuch's mal so. Das sind vier Blöcke. Also das müsste gehen. So weiß ich nicht, ob ich da reinkomm. Irgendwie. Ist ja immerhin auch ein Hoch, ne? Ja. Okay. So. So komm ich dann auch hier rein. Das ist auch mies, ey. Aber ich kann's. Hahaha. Und auf geht's in den Neter. In den Nether. Entering the Nether. Haha. Willkommen im World Wide Web. Mein Reich. Dies ist dein Untergang. Antiviren Software. War... Software hochgefahren. Checkpoint links. Verderben geradeaus. Dann gehen wir nochmal in den Checkpoint. Nein. Netter Versuch. Auf uns verderben. Nice. Achtung. Warum klang das jetzt so cool hier? Achtung. Teilweise geringe Bandbereite. Okay. Dann nehm ich mal alle mit. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder so ein Scheiß mit Umsteigen. Das kann ich gar nicht.